Diese Podcast-Episode wird gesponsert von Wow. Ich mach das Intro, okay. Ich bin hier im Auswärts-Deutschland-Trikot am Start. Okay, komm. Mit dem Aquarium im Hintergrund. Das ist natürlich ein echtes Kappi. Joas, genau, Leute. Und herzlich willkommen zu einer neuen Whisker-Tabak-Fußball-Podcast-Episode. Hier ein bisschen Wasser im Hintergrund. Ich fühl mich so ein bisschen wie auf der Karte Hunte damals von Black Ops 3. Wer kann sich vielleicht noch erinnern? Oh, da hab ich eigentlich ganz schlechte Erinnerungen. Ich sag das so freudig. Da haben wir gegen Giants damals ganz, ganz belastend verloren auf Lahn. Schreibt's mal in die Kommentare an die OGs, die bis heute noch dabei sind. Aber es soll heute nicht im Call of Duty gehen, bevor sich wieder ein paar in die Kommentare schreiben, ihr redet zu viel über andere Themen. Aber Leute, das macht's doch auch aus, dass wir einfach frei aus dem Herzen auch mal über Gott und die Welt reden. Und natürlich bleibt auch COD immer in meinem kleinen Schwitzer-Triade-Herzen vorhanden. Ja, ich hör schon ein bisschen rascheln. Ich hoffe, aber ich glaube, ihr hört's nicht in der Aufnahme, denn der Tone ist im Hintergrund am Start. Na, wie geht's dir? Ich bin am rascheln. Heute ist Ostermontag. Das heißt, an alle, die Ostern feiern, Freunde, wünsche ich euch fröhliche Ostern. Ganz wichtig. Und ansonsten, Bro, mir geht's gut. Ich muss in einer Stunde zur Border League. Deswegen haben wir jetzt genau eine Stunde Zeit. Und ansonsten, Bro, war ich jetzt in München mit dir. Da haben wir das Bayern-Spiel gesehen. Das war auch sehr, sehr nice. Und wir haben uns, by the way, nach dem Bayern-Spiel direkt auch getroffen. Aber dann war das schon so spät, dass wir uns dachten, lieber mit Energie den Podcast aufnehmen, dass wir dann auch wirklich gut über das Spiel erzählen können, über die anderen Themen reden können. Das ist ganz wichtig und richtig. Und wie geht's denn dir, Anton, jetzt? Nach dem einen Tag? Mir geht's ganz gut. Nach dem Klassiker. Also, das Spiel war natürlich jetzt nicht das Spektakulärste. Können wir gleich noch drüber reden. Aber ansonsten habe ich das Wochenende mit meiner Mom verbracht, Digga. Ich habe sie aus Bayreuth abgeholt. Wir sind übrigens mit Flixbus unterwegs gewesen, weil ich hatte ja noch Fahrverbot. Das habe ich, glaube ich, im Podcast gar nicht erzählt. Und ja, aber war eigentlich eine sehr, sehr entspannte Fahrt, sage ich dir ehrlich, Tone. Weißt du, woran ich die Ding merke, Digga? Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Damals, Bayern-Ticket, kennst du das noch? Ja, klar. Als Schüler hatte man das, oder? Ey, also klar, das ist jetzt irgendwie schon 15 Jahre her, aber da konntest du für 30 Euro mit, ich glaube, du konntest sogar drei Personen mitnehmen, konntest du in ganz Bayern Zug fahren. Aber halt bei ein paar Strecken gab es natürlich keinen IC, da musst du mal Regionalzug nehmen, aber du konntest einfach zu fünft, zum Beispiel von Bayreuth nach Nürnberg fahren oder auch von Bayreuth nach München. Und, Digga, ich habe so geguckt, Zugticket, alleine nur für mich, von München nach Bayreuth, 95 Euro. Ich so, Digga, das sehe ich nicht ein. Dann habe ich sogar Mitfahrgelegenheit gegoogelt. Du weißt, wo du so bei Leuten mitfährst. Und da habe ich so die Profilbilder angeschaut, die Rezensionen von denen zugelesen. Dann dachte ich mir so, ey, ist doch eigentlich entspannt. Das sieht jetzt relativ sympathisch aus. Und dann mache ich meine Musik an und ist auf jeden Fall ein bisschen geselliger und lustiger als Zug. Ich habe mir vor, das ist mein Abonnent gewesen. Ja, aber dann dachte ich mir so, okay, vielleicht nicht, dass sich da irgendjemanden erwischt, der so komisch fährt oder dicht auffährt oder komisch bremst und so. Weißt du, was ich meine? Und da hatte ich mehr Vertrauen in den Busfahrer. Und ich muss, ich sage ehrlich, Digga, es ist keine Schleichwerbung an Flixbus, aber gerne mal eine Koop anfragen. Hat richtig Spaß gemacht. Und, ähm, nein, ich hatte auch so diesen Platz gebucht mit Panoramablick, Tone, genau hinter dem Busfahrer. Weißt du? Und dann sitzt du so hinter dem Busfahrer und du siehst so dieses mit dieser Riesenscheibe. Und, ähm, naja, ich schweife schon wieder vom Thema ab. Ähm, Tone, ansonsten, ja, Osterhase, heute ist Ostern. Hast du deine Eier gefunden? Meine Eier, die sind leider generell nicht ver... Nein, Spaß. Hast du die gefunden? Habt ihr so was gemacht? Also habt ihr früher so was gemacht wie Eiersuchen, Bro? Ganz früher, als du klein warst? Ja, klar, als ich klein war. Ich war gestern in der Sauna, Digga, und dann dusche ich mich immer so kalt ab. Also da waren sie auf jeden Fall, ähm, sichtbar. Da waren sie so. Aber ey, wir haben es gar nicht erwähnt, gell? Wir machen heute natürlich auch wieder einen Videopodcast. Also für alle Spotify-Zuschauer oder auch Amazon-Music-Zuhörer. Wir sind auch wieder natürlich mit unserem Videopodcast auch auf YouTube am Start. Jetzt generell, Leute, merkt euch einfach. Äh, oder wie ihr halt natürlich Bock habt. Ihr müsst es ja nicht, ne? Aber wir bieten es euch an, einfach nur als Bonus. Den Konten, dass ihr es auch anschaut. Und prägt euch es einfach generell ein. Whisker, Tabak, einfach auch bei der Suchleiste auf YouTube eingeben. Und dann findet ihr den ganzen Hasen auch direkt. Oder wie Toni schon sagt, in den Show-Noten. Ich habe übrigens Anton einen Zuschauer getroffen in der Allianz Arena da, wo wir jetzt waren. Und der kam zu mir, er so, Tabak, ich liebe dich. Ich so, danke, ich grüße dein Herz, Bruder. Und dann sagt er so, äh, ich gucke immer euren Podcast auf YouTube und ich höre ihn dann nochmal auf Spotify. Also ich mache beides immer. Ehrenbruder. So, richtig, richtig korrekter Junge. Ich weiß, du warst auch in deinem Vlog. Genau, genau, genau. Also doppelt, dreifach, vierfach und so. Ja, ja. So ein Ehre, Mann. Liebe Grüße an ihn. Ja gut, wenn du wirklich der krasseste Supporter bist, dann drückst du halt gleichzeitig Spotify und gleichzeitig YouTube. Weißt du, was ich meine? Und stummst halt eins von den beiden. Und dann, äh, nein. Aber müsst ihr natürlich nicht. Apropos, Leute. Das passt doch gerade sehr gut zu den Farben hier im Hintergrund. Da ist gerade irgend so eine Qualle bei mir, Tone. Und zwar, schau mal, ich möchte das ganz stolz präsentieren. Und das ist auch, Leute, das ist keine Schleichwerbung. Ich zeige das einfach gerne, weil es mir unnormal taugt. Ich habe hier, boah, sieht das auf Camp krass aus. Tone, du siehst es ja nicht. Was trägst du eigentlich gerade? Ich habe ja ein Deutschland-Trikot an. Ich habe einfach nur ein schlickes, schwarzes T-Shirt an. Ah, okay. Und zwar, also für die Leute, die gerade nur zuhören, ich zeige gerade Limited Special Edition Samba Adidas Schuhe. Aber hier steht nicht Samba drauf, sondern in Gold Messi. Hier ist auch nochmal sein Logo. Hinten goldene Elemente. Hier vorne bei der Zunge auch nochmal sein Messi-Logo. Die sehen echt so brutal aus. Hier auch so samtig. Ich habe es die Tone auch echt gezeigt nach dem Spiel. Und, Alter, also das ist für mich wirklich ein absoluter 11 von 10 Schuh. Und ich bereue es, dass ich ihn nicht zwei, dreimal bestellte, weil der ist überall ausverkauft. Weil ich habe jetzt nur ein Paar und es ist mir ehrlich gesagt zu schade, die anzuziehen. Vielleicht mal bei einem Special Event oder so. Aber ich würde sie an deiner Stelle sogar anziehen. Ein bisschen rocken. Aber was kostet denn eine Resell? Also wie teurer sind die denn, wenn du jetzt noch eine holen würdest? Theoretisch. Ich habe, Mann, das klingt immer so, als ob wir dafür Werbung machen wollen. Weißt du, aber ich erwähne es ja so, wie es auch war. Ich habe es bei gold.com bestellt, nicht bei Adidas. Weil bei Adidas waren sie sofort weg. Und dann habe ich sie so quasi kurz nachdem, wo schon die ersten Leute die Bestellung wahrscheinlich gerestet. Also ich habe auch nicht den Originalpreis, glaube ich, bezahlt. Ich habe so 2,30 oder so gezahlt bei gold.com. Ja. Was die jetzt kosten, Digga, auf Ebay, weiß ich nicht. Müsste ich nachschauen. Aber diese einen limitierten Fußballschuhe, wo da die drei Sterne hinten waren, mit dem Gold-Symbol, die ich auch ergattert habe, also vor, wann waren das? Vor so sieben, acht Monaten. Die liegen jetzt bei knapp 1.000 Euro. Und die habe ich für 200 Euro, aber direkt von Adidas gesniped. Das ist krass. Aber das war krass, weil das kam quasi ohne Ankündigung. Ich habe Instagram aktualisiert, auf einmal vor zwei Minuten Adidas Football, New Messi-Shoe, sofort auf Seite, gekauft. Und dann, als ich fertig war mit Bestellen, allen Größen weg. Das war geisteskrank. Es gibt ja Leute, die machen ja richtig so ein Resale-Business mit solchen Sachen. Also jetzt nicht nur mit Messi-Schuhen, sondern generell mit Schuhen, Sneakern. Aber früher war das anscheinend viel overpowered als heutzutage. Weil heutzutage sind die nicht mehr so krass im Resale. Ich glaube auch, der Hype ist ein bisschen runtergegangen mit Sneakern und so. Auch auf die... 100 Prozent, ja. Ja, ich war da auch nie drin. Ich bin so eigentlich so einer Tourner, ich kaufe mir ein, zwei Paar Schuhe vielleicht einmal im Jahr. Wenn überhaupt. Du kennst ja diese einen Barca Custom Air Force, die ich habe. Bro, ich habe die seit irgendwie vier Jahren. Ja, genau. Bei mir ist aber auch so... Ich rock die bis zum Umfallen. Ja, die sind auch cool. Und die passen auch. Das ist so, die sind die typischen Anton-Schuhe. Bei mir ist es so, ich habe mir damals mal wirklich so drei, vier Schuhe gekauft. Drei, vier Paar von so Jordan irgendwas. Und die habe ich jetzt wirklich auch seit drei Jahren einfach konstant. Ich habe seitdem keinen einzigen Schuh mehr geholt. Schau mal, ich habe hier auch sogar neue. Ich habe hier so La Pulga. Du hast sie ja auch schon echt gesehen, ne? Da ist Messi so auch bemalt. Das ist auch per Hand. Und zwar, liebe Grüße gehen raus. Oh, das sieht auch richtig geil aus, die Seite. Die sind so ein bisschen schlichter gehalten. Einen David Rau, mit dem hatte ich ja auch einen Dreh letzte Woche. Der hätte mir geschenkt. Und, oh, Toner, du siehst es gerade nicht. Die Farben vom Deutschland-Aushaltstikot hier mit Florian Wirtz ist so fresh, Digga. Siehst du die Storys von Upward manchmal, Bro? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich sehe sie nicht. Der hat auch immer das Trikot an. Ach so, ja, ja, aber ohne Flock. Ah, ja, ja, ja. Ja, mit dem Louis-V-Gürtel und mit dem Bauch, mit dem Schultertasche da, ne? Ja, ich muss mich mal kaputt lachen. Das ist echt lustig. Ja, gut, er spielt halt gerade seine Rolle, ne? Ja, klar. Lass mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar der Klassiker. Wir machen einen kleinen Recap. Anton, wie hat dir generell das Spiel gefallen? Bayern gegen Dortmund, der Klassiker. Dortmund hat schon so viele Jahre nicht mehr in der Allianz Arena gewonnen. Das war, glaube ich, 2017 das letzte Mal, so richtig? Nein, 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 falsch. Bist du nicht vorbereitet? Das war der DFB-Pokal 2017. Ach so. Nee, DFB-Pokal war 2017. Und in der Bundesliga war es irgendwie vor zehn Jahren quasi. Fast genau vor zehn Jahren. Es war im April. Also wirklich fast genau zehn Jahre. April 2014, wo aber die Meisterschaft schon quasi entschieden war und wo es eigentlich irrelevant war für Bayern noch zu gewinnen. Und da hat Dortmund das letzte Mal in München gewonnen, ja. Aber ähnliches Szenario hatten wir diesmal auch, kann man sagen. Weil die Meisterschaft ist ja auch schon zu Ende, auch vor dem Spiel gewesen, eigentlich zu 99 Prozent. Natürlich hatte man so einen kleinen Funken Hoffnung. Aber trotzdem, wenn du gegen Dortmund spielst, das hat ja auch Joshua Kimmich nach dem Spiel auch gesagt, dann erwartet man von den Spielern, dass hier alle mit 110 Prozent da reingehen und sich in die Zweikampfe schmeißen. Auf dem Platz einfach alles geben, dass du einfach diese Einstellung hast. Und du brauchst keinen Trainer, der dir sagt, hey Jungs, ihr müsst heute voll da sein. Oder du brauchst auch deine Mitspieler nicht, weil eigentlich musste das jeder im Kopf selber abrufen können. Und das war das große Problem. Das hat man nicht so gespielt auf dem Platz. Kimmich war der beste Mann von den Bayern. Und danach kam halt lange gar nichts gefühlt. Also kein Bayern-Spieler war irgendwie sehr überragend. Ich fand Davis zum Beispiel, Anton, war richtig schwach. Also es war richtig bodenlos ein Spiel. Ich kann mal gucken, was er für ein Match-Rating hatte. Davis hatte bei Bayern das schlechteste Match-Rating auch. 6,1. Okay. Aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist jetzt nicht irgendwie 3,0. Ja, das ist aber für Who-Scored. Das geht bis 10. Also das ist 6,1 bis 10. Das ist halt so eine 3-mäßig. Ja. Aber ich fand es persönlich im Stadion noch schlimmer. Wir haben es ja live gesehen. Das eine ist Who-Scored und das andere ist der Eindruck im Stadion. Ich fand ihn auch nicht. Also allgemein die ganze Bayern-Mannschaft. Also Kimmich hat es auch gesagt im Interview nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es hatte für ihn die Stimmung eines Freundschaftsspiels. Speziell die Halbzeit 2. Und das kann halt nicht sein. Weil da braucht es auch, egal wer an der Seitendinie steht, hat er auch sofort betont. Egal wie die Woche lief, egal ob vielleicht man woanders ist mit dem Kopf und das Leverkusen-Spiel vielleicht ein bisschen die gebrochen hat, wo sie Hoffnung hatten, hey, die verlieren heute mal oder lassen Punkte liegen und dann am Ende drehen sie es wieder. Aber wenn es gegen Dortmund geht, egal ob 13 Punkte, 10 Punkte Abstand, da musst du das Feuer trotzdem in dir drin haben als Profi. Aber das sind eben auch nur Menschen. Und ich habe auch vor dem Spiel gesagt, Hone, das ist heute mentaler Vorteil für Dortmund, weil für die geht es um die direkte Champions-League-Quali. Für die ist das Spiel viel wichtiger, dem viel mehr Druck. Für die Bayern ist das so, ach gut, okay, jetzt haben sie den, hätte Stuttgart jetzt auch noch gewonnen, dann wäre es da vielleicht auch noch mal knapp geworden im Kampf um Platz 2, Lul. Aber rein psychologisch, weißt du, was ich meine? Egal, was für ein Profi du bist, das kannst du, glaube ich, nicht zu eine Million Prozent genauso auf den Platz bringen, mental, wie wenn du zum Beispiel diesen Punktverlust gehabt hättest in Leverkusen, weißt. Weil wir haben jetzt auch nicht mehr 20 Spieltage, es wird immer weniger und 13 Punkte. Und klar, Kimmich hat dann auch wieder recht, er erwartet von einem Bayern-Profi, dass er trotzdem dieses Feuer auf den Platz bringt. Aber halt sechs, sieben Spieler aus der Mannschaft mal mindestens haben wirklich das angegangen wie ein Freundschaftsspiel. Ja, kann man wirklich hundert Prozent unterschreiben. Dann hatte Harry Kane noch eine Großchance, hätte er reinmachen können. Da gab es diese eine Szene von Mats Hummels und ich muss echt, Bro, wir reden jetzt ein bisschen, sag ich mal, negativer über die Bayern, über die Leistung jetzt an sich. Genau, wir müssen auch die Dortmunder hervorheben. Und da muss ich echt sagen, Mats Hummels zum Beispiel, da habe ich in meinem Vlog übrigens gejoked, ja, die denken, schau mal, was ich jetzt ausgelöst habe, Bro, das ist echt lust. Ich habe in meinem Vlog gesagt, weil ich auf Twitter einen Screenshot gesehen habe, dass Mats Hummels jetzt noch um ein Jahr verlängert, gell, das war aber ein Fake, also das hat der Typ quasi erfunden, das hat aber über 1000 Likes oder so. Okay. Und ich dachte halt so, ah, okay, cool, Mats Hummels, das habe ich halt mit einem Auge gesehen, so, dachte ich, cool, der hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Dann sage ich in meinem Vlog, Bro, ich so, ah, Mats Hummels übrigens heute bärenstarkes Spiel, hat auch übrigens seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Und die Leute denken dann, die so, hä, das hat noch niemand geleakt, das ist noch gar nicht bekannt und Tone ist ja mit Mats bei der Baller League und so, die reden da ab und zu. Ach so. Und dann denken die Leute jetzt mäßig, dass Mats mir gesagt hat, hey, äh, Tone, ich verlängere meinen Vertrag, aber sag's keinem und dann, natürlich, ich sag's in meinem Vlog wahrscheinlich. Jungs, also, falls ihr euch jetzt fragt, weiß ich da mehr als andere, ich habe da gar keine Ahnung, das habe ich einfach nur auf Twitter gesehen und zwar halt ein Fake-Screenshot, deswegen muss ich das natürlich eher revidieren. Ich denke schon, er wird bestimmt um einen verlängern oder whatever, vielleicht sehen wir auf einmal einen Überraschungswechsel ins Ausland und, aber ich weiß es nicht, ich glaube, der Mats ist nicht so, den schätze ich jetzt nicht so ein, dass er jetzt irgendwie nach Saudi oder so auf einmal geht, aber sein Niveau. Nee, ich sag ehrlich, ich glaube, der verlängert, aber ja. Ich denke auch, sein Niveau war überragend, da waren ja bestimmt vier, fünf überragende Tackling-Aktionen, wie er geblockt hat, wie er gegrätscht hat, wie er da akrobatisch von der Linie den Ball kratzt, den Einkopfball, wobei er dann ja auch im Interview nach dem Spiel gesagt hat, dass er mit der Hand dran war. Das ist krass, und die haben in Köln, Bro, ja, habe ich gesehen, und die haben in Köln gesagt, der war nicht, also der Schiedsrichter in Köln, WAA, die haben gesagt, nein, da ist keiner dran gewesen, das ist Wahnsinn. Genau, das wollte ich gerade sagen, ob du auch das Interview vom Schiri gesehen hast, nicht nur von Hummels. Ja, das habe ich, also ich habe das, eine Interview habe ich gesehen, da sagte aber, ja, in Köln wurde es geprüft und er war nicht dran, und dann ging es noch um die dunkelgelbe Karte, was er geredet hat. Dann hat der eine Reporter aber nachgehakt, hey, aber der Mats hat gerade uns gesagt, dass er war dran, so, was sagst du jetzt, und dann meinte der Schiedsrichter halt trotzdem, hey, selbst dann könnte man immer noch argumentieren, dass es eben eine natürliche Handbewegung ist, weil es irgendwie vom Fuß abgeprallt wird, aber der, ähm, ich glaube, was war es Tuchel, äh, der gesagt hat, yo, das ist eben keine natürliche Bewegung, wenn der Arm oben da ist, aber es war, ist ja auch scheißegal, Leute, es war eine geile Technik in Aktion, ich glaube, man kann da, ähm, argumentieren, wie man will, aber natürlich war es für Bayern eine Schlüsselszene, wie der Tuchel es auch gesagt hat, weil da fällt das 1-1 und dann geht das Spiel auch vielleicht ganz anders aus, aber, ähm, äh, das soll jetzt die Leistung von Hummels auf gar keinen Fall schmälern, ich finde auch, Dortmund hat, äh, gut gespielt, die haben alles auf den Platz gebracht, die haben gekämpft, die haben, waren mit den Zweikämpfen da, und, ja, ich, 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 ich fand auch Sancho ganz cool, der hatte ein paar nice Dribbling-Aktionen, man merkt, der kommt immer mehr so rein, Tune, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie der in der Champions League liefern wird, weil da kommt es dann natürlich auch auf, nicht nur auf Mannschaftsleistung an, sowieso, aber auch auf individuelle Momente, die brauchst du dann einfach in diesen Spielen, ähm, um so einen Abwehrregel wie Atletico zu knacken. Ja, 100%, du brauchst diese Kreativität, das Dribbling von ihm, ich hoffe, dass sie die Kaufoption, nein, die haben ja keine Kaufoption, sondern ich hoffe, dass sie ihn nach der Laie danach verpflichten können, dass Manchester United zum Beispiel den Preis ziemlich stark drückt, auch so 30 Millionen habe ich gehört, Und dann auch mal in den Kommentaren bei dir haben wir was geschrieben, gell, weil du meintest so, ja, die werden den nicht kriegen oder so, oder es wird schwierig, und dann so ein paar Dortmund-Fans so, äh, du hast keine Ahnung, die werden, das geht schon und so, ja, natürlich, also, aber, ja, man hat es jetzt halt gehört, aber, Tune, ganz ehrlich, Fußball, ja, ja, ich, ich glaube, ähm, ehrliche Einschätzung, Jadens, also, das Problem ist, je besser er spielt, desto schwieriger wird es für Dortmund, natürlich wollen sie, dass er richtig performt und dass er drei Tore schießt gegen Atletico, aber dann wird Man United sagen, ey, hallo, Leute, ähm, wir wollen jetzt, wir können jetzt schon wieder haben, aber dann zahlt man 60 Millionen oder so, und ich weiß nicht, ob die, äh, ob BVB 60 zum Beispiel zahlen würde für Sancho. Ne, genau, was ich noch mitbekommen habe, das ist halt, dass sie den Preis drücken wollen auf 30 Millionen, und dass der Manchester eventuell bereit wäre, aber Dortmund halt noch nicht weiß, ob sie das machen werden, aber natürlich, wenn er jetzt so performt, wie gegen Bayern, dann jetzt vielleicht auch in der Champions League, wie du es gesagt hast, Anton gegen Atletico steht ja dann auch an, dann geht er natürlich aber mehr, aber lass noch kurz beim Thema, Bro, Bayern gegen Dortmund bleiben, ähm, Thomas Tuchel sagen alle immer nach den Interviews zum Beispiel so ein bisschen unsympathisch, wie er immer auf alles reagiert, und der hat auch, ähm, Bayer Leverkusen schon zum Titel gratuliert. Äh, müssen wir auch machen. Ja, 100 Prozent, herzlichen Glückwunsch. Also, das steht für mich gar nicht mehr zur Debatte. Ich glaube, wir haben es schon vor mehreren Podcast-Episoden mal in den Titel geschrieben. Ähm, äh, die Leverkusener vollbringen wirklich die, was heißt ein Wunder? Äh, das ist schon ein Wunder eigentlich. Wenn sie wirklich jetzt, wenn sie wirklich noch ungeschlagen bleiben, bis zum vierten Spieltag, dann, 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 dann rede ich auch wirklich von einem Wunder, weil das gab es einfach noch nie in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Xabi Alonso müssen wir auch noch gleich drüber reden, Tone. Das ist, äh, das ist der Wahnsinn, dass er jetzt auch noch bleibt in Leverkusen. Ich habe es so ein bisschen prediktet, du erinnerst dich? Aber, ja, herzlichen Glückwunsch und an alle, die es für Leverkusen halten. Ich glaube, es sind ja nicht nur die, ähm, Leverkusener selbst, sondern auch ganz, ganz viele neutrale Fußballfans, die es einfach mal wünschen, dass eine andere Mannschaft wieder Meister wird nach langen elf Jahren. Die haben es sich auf jeden Fall 100 Prozent verdient. Und weißt du, was ich sehr witzig fand? Im Vorfeld gab es ja so Ansagen von Guerreiro, vom FC Bayern München, der hat ja davor bei Dortmund gespielt, dass die halt so zeigen wollen, wer die Bayern sind, bla bla bla, okay, auf dem Platz. Und dann haben sie natürlich der FC Bayern München verloren. Nemo ist da, oder was? Ja, ja, Nemo ist gerade da. Ja. Bro, schau mal, dann hat Guerreiro verloren. Alle Dortmunder springen halt dann auf ihn. Und die freuen sich halt, weil dieser Matzen, der ist ja auch Linksverteidiger bei Dortmund aktuell, von Chelsea ausgeliehen. Und der hat ja voll gut performt. Und die sind einfach so happy, dass jetzt dieser Matzen so diesen Guerreiro auseinandergenommen hat und dass sie auch noch halt quasi kein F-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt auf Guerreiro geben müssen, dass er damals gegangen ist. Dass sie halt einen guten Ersatz haben und der Karma kassiert hat wegen seinen Worten, wegen der Ansage. Ich meine, also, Bayern ist so eine Überraschungstüte. Ich habe das auch in meinem Vlog gesagt. Das ist jetzt am Ende des Tages eine Momentaufnahme. Das Spiel hat sich so angefühlt, wie die Spiele vor ihrer guten Form, vor der Länderspielpause, weißt du? Als ob gar nicht dieser gute Flow passiert ist. Und Kimmich meinte auch, wir haben so gerade gespielt wie vor einer Monaten. Ja, genau. Champions League, mal schauen, wenn sie so spielen gegen Arsenal, dann ist Schicht im Schacht. Aber ich glaube trotzdem, sie werden sich steigern. Aber unterm Stricht, die Wahrscheinlichkeit des Bayern titellos sein wird, ist extrem hoch. Es ist jetzt nur noch die Champions League. Und um auch noch mal zurückzukommen auf Harry Kane. Der Mann hat 32 oder 31. Eins von beiden. Saisontreffende Bundesliga, klar, vielleicht schießt er noch ein paar Tore. Aber ich glaube, er wird nicht den Rekord knacken von Gerd Müller beziehungsweise Robert Lewandowski. Glaube ich auch nicht mehr. Der Typ hat fast 400 Tore in seiner Karriere erzielt und hat immer noch keinen Titel. Und das, obwohl er zu Bayern gegangen ist. Er wird bestimmt noch in den nächsten Jahren einen Titel gewinnen jetzt bei den Münchnern. Außer wir sehen jetzt den Überraschungswechsel. Aber ich denke nicht. Das ist schon ein krass, Tore. Wer hätte das gedacht vor der Sonne, dass Bayern nicht einen Titel gewinnen wird? Das ist wirklich, also das ist, es ist ja der Albtraum von Tottenham quasi, der immer da war. Und jetzt, dass es bei Bayern auch der Fall ist, bei der ersten Saison, wo du hingeht, ist schon sehr unwahrscheinlich im Endeffekt. Und es ist schon krass. Es ist wie so verflucht. Aber ich glaube, dass nächstes Jahr auf jeden Fall viel drin sein wird für den FC Bayern München. Und ich denke, wenn man dann den richtigen Trainer holt und jetzt noch ein paar Spieler transferiert und sowas, auch wenn es jetzt bei der Nationalmannschaft im Sommer gut laufen wird, hoffentlich, ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dann wird es auf jeden Fall ein sehr schönes nächstes Jahr eventuell. Okay. Und dann kann er ja dort den Titel holen. Aber das ist jetzt ganz krasse Zukunftsmusik. Ich würde sagen, Tone, bevor wir über die Trainer reden, auch Xavi Alonso bei Bayern, was jetzt deren Alternative ist, gibt es noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Freunde, ihr seht, wir sitzen gerade nebeneinander bei dem Part. Wir sind gerade frisch aus dem Stadion rausgekommen. Heute war der Klassiker. Und da geht wirklich ein ganz großes Dankeschön raus an Wow. Weil die haben heute alles rausgehauen für mich, was sie raushauen konnten. Wir hatten VIP-Plätze. Es gab auch leckere Steak, bro. Das ist so lecker. Also Leute, wenn ihr mal in der Allianz Arena seid und drin essen könnt, das ist 10 von 10 wirklich ehrlich. Dazu waren auch vier Zuschauer mit dabei. Die haben nämlich beim Gewinnspiel gewonnen. Und die waren auch eingeladen. Dann gab es dann noch ein Meet & Greet, bro, mit einer Legende von Bayern. Du weißt auch schon, welche das war, gell? Ja, Giovanni Elber. Ich habe es gesehen. Das ist lustig. Tone, ich habe ein witziges Erlebnis einmal mit ihm gehabt. Und zwar, das war in der Pandemie-Saison, da hatte ich ein kleines Interview mit ihm. Und zwar nach dem Rückspiel, wo wir weitergekommen sind gegen Napoli. Und da stand es dann fest, dass wir auf die Bayern treffen. Und dann hat er so zu mir gesagt, Viska, bist du selbstbewusst gegen die Bayern im Viertelfinale? Und ich so, Giovanni, die Münchner sind schon diese Saison sehr, sehr stark. Ich glaube, das wird schwierig. Ja, was ist danach passiert? Bayern hat 8 zu 2 gewonnen. Das war diese Alphonso Davies Show und Coutinho. War damals noch vorbei. Ja, wo Semedo ausgespielt wurde. Hast du ihn danach aufgehoben? Ich will nicht drüber. Nein, danach eben nicht. Aber das ist meine Erinnerung an Giovanni. Also liebe Grüße gehen raus. Safe. Und Bro, noch dazu. Wir hatten die besten Plätze. Ich saß im Block 103, konnte alles perfekt sehen. Deswegen, Leute, ohne Spaß. Großes Dankeschön an Bau für diese geilen Plätze. Das hat echt Spaß gemacht. Und vor allem, ich war auch unten am Rasen, Bro. Das habe ich so noch nicht gehabt. Ich habe sogar die Linie da berührt. Quasi Seitenauslinie. Da habe ich mit dem Fuß angefasst. Die Coaching-Zone? Oder die richtige Linie? Nein, die aller echte. Ah, okay. Das war wirklich ein 10 von 10 Erlebnis. Und ansonsten könnt ihr natürlich den Shownotes mal abchecken. Da ist nämlich der Link dazu drin. Zu Wow. Und ihr könnt dort nämlich fast alles streamen. Da gibt es von Bundesliga, Bro. Was haben wir noch alles am Start? Zweite Bundesliga. Zweite Liga. Dann natürlich auch andere Sportarten, wie zum Beispiel Formel 1, Tennis. Nicht zu vergessen, Toni, Fußball, die Premier League. Ganz wichtig. Und DFB-Pokal. DFB-Pokal auch. Und bei der Premier League ist zum Beispiel Martin Petrich oft Experte. Ich liebe den ja. Ja. Die Legende. Oder zum Beispiel auch für die Motorsport-Fans unter euch, die MotoGP. Und wie Toni es schon gesagt hat, der Link natürlich ist in den Shownotes. Oder ihr gebt einfach ein. Wow.tv.de Slash. Live-Sport. Ihr könnt dort die ganzen verschiedenen Angebote abchecken. Ihr könnt es einerseits natürlich monatlich kündigen. Oder ihr bleibt direkt ein ganzes Jahr dabei und bezahlt dann auch weniger. Das könnt ihr am Ende entscheiden. Wir können es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich glaube, wir haben beide das seit Jahren. Ja, ich glaube, ohne Bundesliga-Konferenz zum Beispiel könnte ich am Wochenende nicht überleben. Das ist ganz wichtig und richtig. Checkt es einfach ab und ganz, ganz lieben Gruß an Bau. Das ist wirklich eine geile Experience heute gewesen. Und die haben da coole Sachen mit am Start. Wir hatten jetzt schon ein paar mal Episoden, wo wir so nah nebeneinander sitzen. Aber heute, ich glaube, auf Kamera sieht man es gar nicht. Leute, wir sind so ein Stückchen Kopf an Kopf. Also, vielen Dank. Willkommen zurück. Womit möchtest du anfangen, Tourne? Mit Xabi Alonso oder bei Bayern? Wobei es ist ja eigentlich ein Thema, ein gemeinsames. Ja, es ist ein Thema. Schau mal, Xabi Alonso, okay, mach du. Sag du, ich wollte dich so mäßig einrollen, die Frage. Roll mich mal ein, Bro. Findest du die Entscheidung von Xabi Alonso richtig? Aus seiner Sicht? Aus deiner Sicht? Also, es sind auch mal zwei verschiedene Paar Schuhe, weil du bist ja auch Bayern-Fan. Hättest du dir gewünscht, dass er kommt? Oder sagst du, ja, pass, wir finden einen anderen guten Trainer. Gibt ja so De Serbi, Zidane ist frei. Rät einfach mal frei drauf los und dann gebe ich meinen Senf. Ja, also ich glaube, Xabi Alonso hat sich schon einige Gedanken gemacht jetzt auch. Auch vor allem jetzt in der Länderspielpause. Und ich muss sagen, ich verstehe seine Entscheidung absolut. Und ich unterstütze die auch voll. Ich würde sagen, dass das die beste Entscheidung ist, die er hätte treffen können, in meinen Augen. Weil er geht kein Risiko ein, bei irgendeinem neuen Verein, wie zum Beispiel FC Bayern München, einzusteigen und dann auch zu choken. Und dann sind alle drumherum sauer und dann beschmutzt es so ein bisschen eventuell seine Legacy, die er gerade hat. Sondern er ist noch ein junger Trainer, kann sich bei Leverkusen jetzt nächste Saison noch weiter aufbauen. Und dann, ich glaube, das wissen wir alle, geht dann nach Ancelotti zu Real Madrid und wird dort in die Fußstapfen treten von Carlo Ancelotti, dem allergrößten Trainer, Mann. Ich liebe den über alles. Und ich glaube, dass einfach sein Weg dort geebnet ist. Das ist einfach unglaublich krass, was da noch auf uns zukommt, was seine Trainerkarriere angeht. Und es ist das Beste, was du machen kannst. Deswegen, ich auch als Bayern-Fan sage, alles richtig gemacht. Natürlich schade, ich hätte ihn gerne bei Bayern gesehen, sage ich ehrlich. Aber ein gewisses Risiko ist da gewesen. Das hat man gesehen bei Nagelsmann, das hat man gesehen bei Tuchel, das hat man bei Kovac gesehen. Das hat man bei so vielen Trainern jetzt bei Bayern gesehen. Ich finde es so magisch, weil Jose Mourinho hat das irgendwie ja auch schon vor Jahren gecallt. Dass Xavi Alonso eigentlich alles hat, den ganzen Grundstein, um ein guter Trainer selber zu werden, weil er selber von den legendärsten Trainern immer trainiert wurde. Wie zum Beispiel ein Rafael Benitez zu Liverpool-Zeiten, ein Jose Mourinho zu Real Madrid-Zeiten, ein Carlo Ancelotti, ein Pep Guardiola. Das ist der Wahnsinn. Und der hat einfach alles mitgenommen und selber seine eigene Arte einfließen lassen. Schau mal vor, du nimmst das alles mit und vermischt es halt zu einer perfekten Formel. Und das hat er halt irgendwie instinktiv geschafft, weil er einfach das Talent auch dazu hat. Genau, er hat natürlich selber auch den Grips, dass er das auch verwertet und sinnvoll nutzt. Und ja, was soll ich sagen, ich finde es klasse. Ich hätte ihn auch verstanden, wäre er ja jetzt zu Liverpool gegangen oder zu Bayern auf jeden Fall. Aber so klingt natürlich noch geiler, wie du sagst. Das ist natürlich jetzt immer noch spekulativ mit Real Madrid und Carlo Ancelotti beerben, aber es macht ja aus meiner Sicht komplett Sinn. Ancelotti ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ein Jährchen macht er jetzt noch. Er hat ja seine Verlängerung bekannt gegeben. Das fand ich eh schon auch überraschend, weil ich dachte, er wird eher zu Brasilien gehen und da nochmal Nationalcoach werden. Aber okay, ich glaube, er fühlt sich da ganz wohl. Und da ist eine geile Stimmung auch in der Kabine. Und das ist schon eine Big, Big Family bei Real gerade. Merkt man auch abseits des Platzes. Aber es wird auch nicht für immer halten. Und ja, wie du schon sagst, er wird dann die galaktischen 2.0 trainieren. Mbappé, Vinicius, Bellingham. Das neue Santiano Gubernabeu wird dann auch endgültig zu 100% fertig sein. Aktuell fehlt ja nur noch die Parkanlage ums Stadion herum. Und dann hast du ein neues Stadion. Und du hast Endrig. Endrigeschilder, die alle, ja, Endrig auch noch, es gibt so viele da noch. Und du, 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 es sind ja nicht nur die drei vorne, natürlich auch das Mittelfeld und alles. Und die Abwehrspieler. Aber, Tone, weißt du, was ich meine? Es geht, es ist wie im Märchenbuch. Das muss ich auch als Barca-Fan sagen. Neues Stadion. Die Spieler, vor allem in welcher Phase ihrer Karriere die sich befinden, in ihrer Peak. Die sind ja jetzt nicht nur 34 oder so schon. Und weißt du schon, so wie damals die Galaktischen, wo halt die ganzen Stars zusammengebildet worden sind. Und die sind eigentlich schon in die Jahre gekommen, so R9 und so, war er auch nicht mehr in seinem Peak. Schon lange drüber hinaus. Aber Mbappé, Vinicius und Bellingham sind halt, also er kann theoretisch acht, neun Jahre Trainer bleiben bei Real. Weißt du, was ich meine? Fühlst du das auch, was ich meine? Wenn du dir Endrig anguckst, okay, seine Bilder und was weiß ich was. Es sieht aus, als wäre er so ein Vintage-Spieler, der jetzt aber quasi aus der Vergangenheit wieder jetzt in die Zukunft gekommen ist. Oder besser gesagt, in die Gegenwart, ins Jetzige. Ja, er ist wirklich wie teleportiert. Er sieht aus wie so ein alter Pelé. Aber so wie sein Bruder oder so. Und ist jetzt Regen und ist jetzt einfach gespawned plötzlich. Und rasiert auch echt ganz gut, spielt sehr, sehr stark. Natürlich, man darf nicht zu früh hypen, so ein Spieler. Aber ich finde, er hat irgendwas sowas magisches an sich. Von seiner Art und Weise, wie er aussieht, wie die Bilder entstehen und so. Irgendwie sieht es special aus. Man kann sich vorstellen, dann in 20 Jahren ist es voll episch, diese ganzen Bilder, die jetzt geschossen wurden. Real hat halt die ganzen jungen Brasilianer gesneakt. Die haben ja damals gesagt, da wo Barca Neymar sich geschnappt hat, konnte man aus internen Kreisen hören, dass sowas nie wieder passieren darf, weil sie waren ja damals selber in Neymar dran. Und dass sie jetzt in Zukunft alles geben werden, um diese nächsten Neymars sich zu schnappen. Deswegen haben sie jetzt so Vollgas gegeben bei Endric, bei Vinicius, Rodrigo. Die haben ja so viele Brasilianer. Der Einzige, den Barca dann doch noch bekommen hat, war Vitor Roque. Ja. Aber ich weiß nicht, ob Vitor Roque ist auch schon älter als Endric. Endric ist ja 17, Vitor Roque irgendwie 18. Ich weiß halt, kann auch schwierig zu sagen, wer am besten ist. Aber Stichwort, Tone, wo ich auf jeden Fall dahinter stehe, ist, dass Lamin noch krasser ist als Endric. Aktuell. Können sich verschieden entwickeln. Der hat ja schon... Aber bevor wir über Lamin reden, weil da möchte ich auch noch mit dir einmal debattieren, wie man in der Schule schön gesagt hat. Die Pro und Kontra sammeln. Weil Laporte hat ja bestätigt, dass 200 Millionen Angebot für ihn eingegangen ist und abgelehnt wurde. Tone, zurück zu Bayern. Was ist jetzt die Alternative? Wen kann man holen statt Alonso? Holt man wirklich einen Nagelsmann zurück? Also das ist für mich... Ich glaube schon. Ich glaube dadurch, dass Kahn und Hasan Salihamidzic, der hat übrigens letztens ein Bild gepostet, oder sein Sohn, der ist voll muskulös geworden irgendwie. Der Niko oder was? Nick Salihamidzic? Ja, genau. Der hat so ein Bild gepostet, so eine Story. Und dann sieht man Salihamidzic, also Hasan, oberkörperfrei. Ist so voll durchtrainiert, Mann. Und ich glaube, dass dadurch, dass die zwei weg sind, und die waren ja am Ende die Impulse, die dann Nagelsmann halt auch rasiert haben. Und dadurch, dass Bayern jetzt wieder so interessiert ist, das hört man ja wirklich auch intern. Man hört die ganze Zeit, dass sie von Nagelsmann wieder ab und zu mal reden, oder der wieder in Frage kommt. Da gibt es auf jeden Fall ein paar News. Und ich kann mir keinen anderen Trainer vorstellen, außer Julian Nagelsmann, dass er zurückkommt. Er hat jetzt eine sehr positive Zeit gehabt mit dem DFB, mit der Nationalmannschaft. Und er kennt die Bayern sehr gut. Er will bei seiner Familie bleiben. Deswegen kommt für ihn sowas wie Ausland. Barcelona und so kommt für ihn nicht in Frage. Wegen seinem Sohn, glaube ich, hat Julian Nagelsmann. Er will nicht da weit weg sein. Die wohnen ja in der Nähe von München. Und da gibt es halt nur zwei Alternativen. Das heißt, DFB oder FC Bayern. Und ich glaube, dass er mehr Bock hat, für den Bayern wieder zu trainieren. Das Ding, was er angefangen hat, quasi weiterzumachen, weil er wurde ja auch irgendwie zu Unrecht, in Anführungszeichen, gefeuert. Also statistisch gesehen war das ja eigentlich lost. Man weiß jetzt nicht, was intern alles war. In allen drei Wettbewerden, klar. Genau. Und ich sage dir, Julian Nagelsmann bei Bayern funktioniert super. So ein Spieler wie Joshua Kimmich zum Beispiel, der liebt ja Nagelsmann. Das ist ja voll so, die gehen ja Hand in Hand. Und da sind so Spieler wie Musiala und was weiß ich was. Vielleicht holt er dann irgendwann Florian Wirz noch zu Bayern. Man weiß es ja nie. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und der Cervi oder sowas. Denkst du, Wirz bleibt bei Leverkusen? Jetzt, nachdem Alonso auch bleibt? Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass er noch ein Jahr bleibt. Ich kann aber... Ich glaube, Leverkusen wird ein, zwei Spieler verkaufen. Aber das wird dann Frimpong sein und Boniface. Und der Rest bleibt wahrscheinlich teilweise. Also Stanisic geht natürlich auch zu Bayern zurück. Ja. Und dann kaufen die halt mit dem Geld von Boniface und Frimpong. Das sind dann knapp 80, 90, 100 Millionen. Dann kaufen die damit halt zum Beispiel Paolo Dybala und so wollen die haben. Ja, der hat eine sehr geringe Ausstiegsklausel. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass er eventuell zu Barse geht. Nur 12 Millionen oder so. Aber der verdient natürlich auch ein üppiges Gehalt. Da müsste er bei Barse wahrscheinlich auch auf Geld verzichten. Naja, okay. Also ich würde es dem Leverkusen natürlich wünschen, wenn Wirz bleibt. Aber da muss ich auch mal seine Reihenlage hineinversetzen. Ich trage ja auch gerade sein Trikot hier. Er hatte schon mal einen Kreuzbandrestone. Er spielt die Saison seines Lebens. Wird Meister. Nach elf Jahren mal eine andere Mannschaft wie Bayern. Also vielleicht Europa League sogar noch. Der DFB-Pokal. Es wird noch so viel passieren jetzt in den nächsten Wochen bei Leverkusen. Das ist der Wahnsinn. Und du kannst dann halt den Vertrag deines Lebens unterschreiben, der dich halt für immer auf fünf Generationen aussorgt. Und ob du dann nochmal pokerst, das nochmal hinaus zu verzögern. Und du hattest schon mal einen Kreuzbandrest. Weißt du, was ich meintone? Ich fühle es, ja. Ist halt schon ein Risiko. Also aus seiner Sicht. Darf man nicht vergessen. Aber ja, wir werden sehen. Ich glaube, viele vergessen. Viele vergessen, dass Wirt auch diesen Kreuzbandrestone hat, was du gerade erwähnt hast. Weil für manche ist das gar nicht mehr so aktuell. Aber es ist ja trotzdem immer ein Risiko, auch wenn du noch nie was hattest. Aber es kann schon passieren, wenn du schon einen Kreuzbandrestone hattest. Aber ja, toi, toi, toi. Dass das nicht passiert. Flo ist ein geiler Kicker. Und ich freue mich auch auf das Duo mit ihm und Jamal. Ja, Tone, ich wollte jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Welches Thema wollen wir als nächstes machen? Wollen wir ganz kurz noch bei Deutschland bleiben, bevor wir über Lemino und Barca reden? Okay, genau. Weil ich glaube, das wäre dann das nächste gewesen, wollte ich gerade sagen. Ja, und zwar diese Woche ist der DFB-Pokal. Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Wir kennen uns, glaube ich, beide nicht so gut aus. Also wir haben natürlich mitbekommen, was die beiden Mannschaften für einen verrückten Pokaltrip hingelegt haben. Kaiserslautern ist gerade auf dem Relegationsplatz, wenn mich nicht alles täuschen, der zweiten Liga. Und Saarbrücken ist ein Drittligist. Heißt aber, glaube ich, gar nichts. Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Das heißt wirklich 0,0 jetzt. Ja, nein, nein, das heißt 0,0. Was halt auf jeden Fall schon mal safe ist, ist, dass wir mindestens einen Zweitligisten oder Drittligisten im Pokalfinale haben werden, der dann gegen Leverkusen aller Voraussicht nach Antrieb wird. Ey, bro, stell dir vor, Leverkusen kassiert die erste Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Nein, ja, oder so. Oder stell dir vor, die kassieren dann die erste Niederlage im Finale gegen Saarbrücken. Drittligist gegen Leverkusen. Noch krasser, ja. Das ist schon krass, echt, dass Saarbrücken im Halbfinale ist. Irgendwann hört es halt auch auf. Ja, die Jungs waren alle mal vor Ort bei der Baller League. Die haben mal vor zwei Wochen vorbeigeguckt. Das sind echt sympathische Jungs. Und Kaiserslautern, muss ich halt sagen, bin ich halt eher für die Jungs, weil der Kenny spielt dort, der hat damals bei Rotweiß über Führing gespielt. Ist ein guter Freund von vielen Freunden von mir und ist auch ein bekannter von mir. Und ich mag den Kenny sehr gerne. Und ich würde mir wünschen, dass Kaiserslautern hier weiterkommt, weil ich denke, dass die auch ein bisschen mehr Chancen haben, gegen Bayer Leverkusen zu bestehen, wenn Leverkusen gegen Düsseldorf weiterkommt. Aber man darf nicht vergessen, Bro, Saarbrücken hat Frankfurt rausgehauen, Gladbach rausgehauen, Bayern rausgehauen und noch irgendjemand rausgehauen. Das ist unglaublich. Ja, absolut. Für die ist das jetzt schon ein unbeschreiblicher Erfolg. Kaiserslautern. Wann war Kaiserslautern das letzte Mal im Halbfinale? Wahrscheinlich vor 40 Jahren, oder? Ja, ja, ja. Schreibst du in die Kommentare an, die bestimmt ein paar Lautern-Fans hier auch, die da zuhören. Wusstest du, dass Düsseldorf an HSV vorbeigezogen ist, Anton? In der zweiten Bundesliga? Das kann sein, dass zum Beispiel Düsseldorf aufsteigt. Achso, ja, ja, ja. Die haben Platz drei verloren. Ja, genau. Es kann sein, dass Düsseldorf aufsteigt und Köln absteigt zum Beispiel. Das wäre auch ein bisschen bitter. Dann wäre das NRW... Bro, HSV hat so... Ja, das Derby wäre weg. Die haben so geilen Fußball gespielt, auch schon letzte Saison, dann auch schon wieder auf Letztrücker verkackt. So wie es irgendwie in den letzten Jahren auch nochmal lief. Und diese Saison auch wieder so geil begonnen, Bro. Ich war ja auch auf ein Spiel von denen gegen Pauli. Das war aber noch... Okay, aber gegen Pauli war es auch okay, dass du nur unentschieden spielst. Aber davor voll offensiv und voll geil Fußball. Also das sah nicht nach Zweitliga-Fußball aus. Und dann auf einmal wieder der Wurm drinnen, Digga. Und jetzt sogar Platz drei verloren und lange Zeit eigentlich richtig stabil mitgehalten mit dem Tabellenersten. Also Pauli wird aufsteigen und der Zweite, ja... Wahrscheinlich dann... Was sagst du, Tone? Pauli wird aufsteigen. Holstein Kiel ist in der zweiten Bundesliga zweiter, glaube ich. Er ist natürlich eng oben, aber ich glaube, es wird am Ende... Ich glaube, HSV schafft es noch irgendwie auf den letzten Drücker in die Relegation. Das wäre cool. Das ist so in der Natur... Also schon mal, Pauli ist sicher, sage ich jetzt schon. Holstein Kiel wird es auch packen. Die werden Zweiter bleiben, weil es sind einfach sechs Punkte, die sie Vorsprung haben. Das ist echt noch viel. Und dann wird wahrscheinlich wirklich HSV wieder Dritter, gell? Also ich glaube es wirklich. Eine Relegation gegen Darmstadt steigt safe ab. Aber schau mal, selbst Hannover, diesen fünfter Platz, die haben jetzt endlich mal wieder gewonnen. Davor dreimal unentschieden am Stück und einmal verloren. Die haben es eigentlich auch so gechokt bis jetzt. Die waren so gut dabei und jetzt... Zweite Liga ist aber immer so. Das ist so selten, dass deine Mannschaft mal sechs, sieben Mal am Stück gewinnt. Das ist oben immer ausgeglichen. Warte mal, wer ist denn gerade hier auf dem Delegationsplatz in der ersten Liga? Lass mal kurz schauen. Und ich gucke mir mal kurz das Spielplan an. Mainz, Köln. Das wird ein ekliges Spiel dann auch für HSV-Dräger in der Delegation, wenn die es schaffen. Naja. Das ist krass. Zweite Liga ist immer so eine Wunderthüte. Ich brenne. Ich will mal wieder... Okay, wir gehen zum Dein Thema. Ja, danke. So. Also wenn das wirklich stimmt, dass Laporta und der FC Barcelona ein 200 Millionen Angebot bekommen haben von Laminia Mahler, hat es im Interview bestätigt, aber vielleicht flunkert er auch, ein frecher Katalane. Man weiß ja nie. Kann sein, ja. Erstmal von welcher Mannschaft? Es können nur zwei in Frage kommen. City oder PSG. Aber anscheinend war es PSG. Weil ja Mbappé auch im Sommer geht, macht ja auch irgendwie ein bisschen Sinn, da Verstärkung zuhören auf den Flügelpositionen. Wie findest du das? Also für mich als Barster-Fan, ich habe natürlich die Brille auch ein bisschen auf. Das kann ich nicht leugnen. Natürlich, Lamin, vielleicht bekommt nichts, sondern wieder die 10. Okay, kann man auch wieder diskutieren, ob das vielleicht zu früh ist und nicht, dass es so ähnlich wie bei Anzu. Wobei ich sagen muss, dass er ein viel, viel, viel krasserer Spieler ist als Anzu damals. Der hatte immer einen guten Abschluss und konnte vielleicht auch mal an einem vorbeilaufen mit seiner Pace, als er noch spitzig war vor seinen Knie-OPs. Aber das, was Lamin macht, was er gegen Brasilien gemacht hat, ihr habt bestimmt alle die Compilations gesehen. Auf TikTok oder Instagram, wie er da vier, fünf Brasilianer mehrmals in den 90 Minuten ausgedribbelt hat. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn, das war Wahnsinn, das bekommen hat von Bernabeu als Barster-Spieler. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, auch wenn es quasi Spanien ist. Leute, da sind die sehr stolz, auch wegen der politischen Lage mit Katalonien und etc. pp. Aber natürlich ist Lamin jetzt auch kein, sag ich mal, wasch, 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 echter Katalane. Da stand es ja auch lange zur Debatte, ob er vielleicht auch, er könnte ja auch für Marokko spielen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und ich glaube, ich weiß sogar. Naja, wobei, er ist natürlich ein Lamassia-Kind, er ist schon ein Katalane, doch. Ja, der ist halt Spanier durch und durch halt, sag ich mal, oder? Kann man sagen. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Andres Ilesper zum Beispiel hat ja auch öfter, hat ja auch einen unglaublichen Ruf in der spanischen Nationalmannschaft. Aber so Leute wie Xavi, Piqué, das war nicht immer so, ne? Weil die sind halt so richtig, die haben auch immer auf Katalanisch und so oft geantwortet in den Interviews, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das Ding ist, Lamin ist halt noch ein Kind für die auch, weißt du, und deswegen behandeln die den auch wahrscheinlich nicht wie ein Piqué. Weil Piqué, der hat schon oft geschossen und so und Lamin ist ja voll der Liebe. Und bei jeder Ballberührung von Lamin ist auch das Stadion, ging dieses Rauschen durch und so. Das war, als ob Messi oder so gerade den Ball hat, weißt du, wie ich meine? Das war schon, ich hoffe wirklich, also für ihn mental, also im Kopf, darauf klar zu kommen, das ist eine Mammutsaufgabe. Aber ich habe ja auch schon von ein paar Kontakten gehört, die ich so zum Verein pflege. Tone, er wohnt ja noch in La Masia, ne? Der Lamin im Jugendzentrum und anscheinend, der hat einfach das krasseste Selbstbewusstsein schon vor Monaten gehabt, auch wo da erst die ersten Einsätze hatte. Der glaubt so heftig an sich und das muss er natürlich auch und der ist einfach so unbekümmert und der will einfach Fußball spielen. Der zockt einfach und anscheinend, das kannst du auch nicht lernen, der ist geboren dafür, weißt du, was ich meine? Und so tritt er halt auch auf und jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Thema ausgewichen. Auf jeden Fall, Lamin, falls ihr nicht gesehen habt, Leute, gebt einfach mal ein auf YouTube, Lamin vs. Brazil und schaut euch seine individuelle Performance an. Wenigstens nach dem Spiel auch zu ihm her und hat ihn so in den Schwitzkasten genommen und so mäßig so, ey Junge, was hast du denn heute gemacht? So, mach mal halblang hier mit 16, aber er hat ihm, glaube ich, auch Props gegeben und da hat der Lamin auch gelacht. Also, rein sportlich für mich jetzt zurück zum Thema, natürlich wäre es wunderschön, wenn Lamin bei Barca bleibt, eine riesen Ära einleitet, vielleicht mit der Nummer 10 auch. Ich glaube, die Trikotverkäufe gehen jetzt schon durch die Decke, mit Nummer 10 wird noch krasser und im November ziehen wir auch wieder in unser Camp Nou zurück und halt genauso bei Real auch diese neue Ära, neues Stadion und erstes Gesicht, die Identität. Du hast auch wieder als Barca, Messi ist weg und jetzt haben wir echt wieder so ein paar Jungs, wo man einfach wieder nicht für die sterben würde. Ja, genau, dieses Hoffnung und das Magische und ja, Digga, natürlich hast du immer Hoffnung, weil es Barca ist, aber durch Lamin ist es trotzdem so, es ist wieder wirklich reell. Wir stehen uns im Viertelfinale, mit Glück vielleicht hauen wir auch PSG raus. Ich denke nicht, dass die Champions League gewinnen, aber in den nächsten Jahren tun wir wirklich, ich habe es ja schon immer wieder gesagt, bis 2030 gewinnt Barca mal wieder die Champions League und mit so einem Lamin wäre es natürlich schön, er ist ein Barca-Junge, aber 200 Millionen Euro, wir wissen ganz genau, wie die Situation ist bei Barca. Aber das Gute ist, wir haben noch andere Talente, die auch viel Geld einbringen würden, wie ein Kubasi, wie ein Hector Four, aber da können wir uns auch wieder so die Frage stellen, eigentlich willst du die auch behalten. Wie geil wäre das, ey, wir haben dann fast so jede Position La Masia-Spieler. Voll, vor allem Kubasi ist unglaublich stark, also ich feiere den voll. Und jetzt kannst du mit deiner objektiveren Brille deine Meinung sagen, weil so schön es auch wäre, dieser Traum, alle zu behalten, mit allen zu verlängern, Barca ist ja dran, damit sie die auch nicht zu billig verlieren, weil die haben ja alle noch nicht krasse Verträge und die Ausstiegsklausel bei Kubasi ist, glaube ich, ziemlich niedrig. Die müssen so schnell wirklich verlängern, sonst am Ende geht es irgendwie für 10 Millionen und das wäre dann worst case für die. Ja, wie willst du das jetzt managen, Tone, weil es wird nicht passieren, dass alle bleiben werden, es geht einfach nicht. Das kann Barca sich finanziell nicht leisten, vor allem, wenn die alle so krass performen. Also ich würde, pass auf, ich gehe mal kurz auf Barcelona gerade. Es gibt so einen Linksverteidiger, der Ball da auch ab und zu mal setzt als Backup, gell, Anton, da gibt es auch diesen jungen, der heißt ja nochmal. Ja, der kam auch out of nowhere. Der ist 17 Jahre alt, hat 7,5 Millionen Marktwert und wenn der zum Beispiel mal irgendwie 30, 40 Millionen Angebot bekommt, was er angeblich auch bekommen hat schon, dann würde ich so einen vielleicht abgeben. Haben sie auch schon abgelehnt, das gab es, wie du sagst, das ist, schau mal, 7,5 steht auf Transfermarkt, aber der ist eigentlich viel besser und das dauert nicht mehr lange, bis diese Marktwertupdate kommt. Aber gut, der ist auch 17, der muss noch ein bisschen was zeigen, dann hat er wahrscheinlich irgendwann 30 Millionen Marktwert. Das ist halt ein geiler Backup, aber so ein Spieler darf eigentlich auch nicht Backup sein für Alejandro Balder. Das ist so krass. Allein, dass Cobra sie jetzt schon 25 Millionen Marktwert hat, das ist so krass mit 17. Das sieht man echt selten als Innenverteidiger. Aber bro, ich würde auf jeden Fall Rafinha verkaufen, wenn ich Barca wäre, in die Saudi-League oder sowas. Dann würde ich schauen, dass ich im Mittelfeld vielleicht einen abgebe. Das ist aber schwer für mich, wen man da abgibt. Frankie de Jong, gibst du einen Pedri ab, gibst du einen Gabi ab, weiß ich nicht, eigentlich nicht, gell? Würde man wahrscheinlich alle behalten. Ich würde auf jeden Fall diesen Romö loswerden. Ja. Cancelo würde ich verpflichten nach der Saison. Aber der Romö schluckt ja noch am allerwenigsten Gehalt. Das ist jetzt echt das kleines Problem. Ja, I know. Aber man muss eigentlich ein Brett quasi verkaufen. Irgendwer wie Araujo zum Beispiel. Nimm das nicht. Der ist natürlich der Leistungsträger, aber so einen musst du wahrscheinlich verkaufen. Dann eventuell noch diesen einen Ford. Dann hast du zwei Bretter verkauft. Und ich würde an Barca-Stelle, ich habe mal hier die Gerüchte aufgemacht, bro. Die sind an Dani Olmo interessiert, an Joshua Kimmich. Gut, Kimmich würde wahrscheinlich nicht gehen. Nee, zu schwierig. Joao Pedro ist Mittelschwimmer von Brighton. Und wenn vielleicht der Zerbio oder so kommt, dann wird er vielleicht Joao Pedro mitnehmen. Wer weiß. Dann gibt es noch Alex Garcia von Girona. Zentral ins Mittelfeld. Ist mir interessiert. Ich finde, wir brauchen gar nicht so viele Transfers. Wir haben eine tolle Truppe. Nee, gar nicht. Wenn alle fit sind, haben wir einen krassen Kader. Laporte hat es auch gesagt, es wird keine riesen Transfers geben im Sommer. Also Tone am... Ich glaube, die holen sich so ein, zwei. Also einen Dani Olmo würde ich aber holen. Weil in der Offensive brauchst du noch einen. Vor allem, wenn vielleicht Felix geht, vielleicht statt Felix, hast du Dani Olmo. Aber der ist immer so verletzungsanfällig. Ja, Felix wird auch ein ekliger Poker mit Atletico. Genau. Ich habe gehört, die wollen den Preißfeld richtig drücken, weil damals hat Barca auch sich gebückt, was Griezmann angeht und so. Dass sie sich da einig werden. Aber ich würde Dani Olmo auf jeden Fall holen. Das ist ein begnadter Fußballer und der passt zu Barca. Wenn er fit ist, natürlich. Sein Tor gegen Brasilien war auch erste Sahne. Schwierig. Also im Mittelfeld gebe ich dir recht, wir können es uns eigentlich nicht leisten, alle zu behalten. Es macht jetzt auch keinen Sinn, zum Beispiel Kubasi abzugeben, Hector 4 abzugeben. Lamin behält man und dann behält man die ganzen Lamin, Gavi, Pedri, weißt du, und Rafinha auch noch, Lewandowski. Digger. Also es wird Abgänge geben. Ein, zwei Stück gebe ich dir recht. Ich glaube... Schwierig. Lewandowski, hast du seine Statistik gesehen? In 2024, der hat sich auch wieder dicht gefangen. Ein Jährchen hatte vielleicht noch Petto, aber er verdient auch mit Abstand am allermeisten. Lewa. Ja. Das Ding ist, wenn du Lewa abgibst, dann gehst du halt krasses Risiko. Weil er ist deine Torgarantie gerade. Und dann musst du natürlich einen anderen Torechner kaufen. Ja, du kannst dich Stammspielen mit Vitor Roque und Lamin vorne. Nein. Als er in Barcelona, ja, das ist too much. Nee. Ja, ich glaube, Lewandowski wird es nicht. Rafinha könnte sein, dass Barcelona vielleicht für 80, 90 Millionen abgibt. Da gab es ja auch schon Gerüchte nach Saudi-League. Er verdient auch irgendwie das Dreifache dort, aber ich weiß halt nicht. Weil ich glaube, der ist auch so einer... Schau an zu Fatih, Anton. Ja, ja, aber er ist... Kommt auch zurück. Ja, genau. Er ist im Best. Ich glaube nicht. Ich glaube, den werden sie abgeben. Genau. Ich sage ja, an zu Fatih kannst du verkaufen. Ja, ja, aber den habe ich abgeben. Rafinha ist natürlich auch noch immer ein Fußballalter-Tone. Also wenn ich mich in seine Lage hineinversetze, da willst du eigentlich schon Europa kicken. Bro, der Junge, der ist 27, Digga. Ja, weißt du, auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026 mit Brasilien, da muss er ja auch Stamm spielen und da macht er sich... Also klar, ich weiß nicht, wie er tickt, wenn er irgendwie auf einmal nicht mehr 12 Millionen verdient, sondern irgendwie 40 Millionen pro Jahr. Absurde Summen, ja, da kommen wir immer wieder auf das Thema zurück. Aber okay, kann sein. Rafinha. Und ich glaube, es wird einen der krassen drei Mittelfeldspieler treffen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen... Allein, wenn man sich dieses Bild vorstellt, dass Pedri Abschied nimmt bei einer PK. Kein mir. Oder Garvin. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Bro. Nee, Mann. Also am allerersten von denen dann noch Frankie de Jong. Wobei der ja wirklich schon hundertmal gesagt hat, wie wohl er sich denn fühlt. Oh, hier, eine lila, eine Qualle, jetzt gerade im Hintergrund. Mit meinem Trikot sieht es frisch aus. Araujo. Boah, das ist, Bro, das ist, weißt du, das ist ein Publikumsliebling. Das ist alle immer Uruguay, Uruguayo. Das ist halt auch, wenn du an Barca denkst, denkst du an Araujo aktuell. Und wir gegen Vinicius immer die Duelle hatten, den Klassikos. Und dann zukünftig auch gegen Mbappé. Aber dann kommen die Bayern und legen 100 Millionen auf den Tisch. Das ist eine Stange Geld. Nimmt Barca mit und dann können sie das gut refinanzieren, weil die werden ja nicht so viel Geld ausgeben. Und dann steht ihre Bilanz ein bisschen besser aus. Und die haben ja das Glück, dass der Junge da ist. Ich sag dir ehrlich, auch wenn er jetzt gerade sehr, sehr gut spielt. Hector 4 abgeben. Irgendwie das anders kompensieren. Vielleicht mit einem anderen La Masia-Spieler. Hey Leute, warum kommt jetzt Daumen nach oben da? Kennst du diese Funktion bei FaceTime? Ja. Ich schaue euch mal auf Daumen nach oben. Jetzt ist Daumen nach oben im Video. Daumen nach oben. Also. Ah. Bartomeu. Geht's jetzt? Nee, geht nicht. Ah doch, geht nach unten. Ja, okay. Sehr gut. Ja, also Hector 4 abgeben. Und das kompensieren mit einem anderen La Masia-Spieler. Dann würde ich Koundé abgeben. Auch wenn er gerade sehr gut drauf ist. Der wird nämlich auch viele Millionen einbringen. Und dann Rafinha. Und dann auch Vati. Und Vati. Ich glaube, wir kriegen dann mit allen zusammen, Bro, ich sag's dir ehrlich, Rafinha, ja mindestens 150 Millionen. Genau, 150 Millionen. Dann musst du Cancelo holen. Das wird ein Schnapper. Ich glaube 25 Millionen. Dann bleiben dir noch 125 Millionen. Dann holst du vielleicht einen Daniel Olmo für 50 Millionen oder 40. Und den Rest sparst du mal. So sieht's nämlich aus. So sieht's aus, ja. Dann sparst du, weil ich hab ja auch einen Artikel gelesen, das ist ja auch noch der große Traum, dass man Haaland 2025 holen wird. Wenn seine Ausschicksklausel greift, die dann glaube ich bei 150 liegt. Und 150 für Haaland ist echt nicht viel. Das kriegst du rein mit Trikots und über Marketing und all das. Aber du musst natürlich auch vom Financial Fairplay erstmal das überweisen dürfen und ihn registrieren. Da gibt's die ganzen strikten Rules. Und da ist Lewandowski dann auch weg und dann kann er fließend ihn beerben. Weil ich denke nicht, also real ebnet quasi Haaland den Weg auch frei mit dem Mbp-Wechsel. Haaland wird nicht zu Real Madrid wechseln, solange, wenn Mbp kommt. Und das, also, ich gebe jetzt den Call, wir werden niemals Haaland bei Real Madrid sehen. Das wird nie passieren. Stell dir mal vor, Mbp-Stürmer, das wäre halt so Cheatcode. Ja, aber was mit Vinicius? Dann können sie Vinicius verkaufen. Ja, genau. Das werden sie nicht machen. Einzige Variante ist, wenn irgendwie Mbp zu Real geht, irgendwie er verletzt sich das Kreuzband und das und das. Und dann geht er und dann wechselt Haaland mit 28 zu Real Madrid. Aber wenn er nicht schon davor bei Barca spielt. Wie cool sind solche Vereine, wo du weißt, der Spieler wird lange dort bleiben, weil das so der Nonplusultra-Verein ist. Im Sinne von, zum Beispiel bei Dortmund weißt du, das ist ein Ausbildungsverein teilweise. Und bei Real, Vinicius, der wird halt ultimativ lange bleiben. Das ist schon irgendwie, schon cool zu wissen, glaube ich, wenn man auch Fan ist. Das tut mir ein bisschen leid, wenn man so guckt, okay, der Verein, da gehen die schnell weg, dann da, dann da, dann verlierst du schnell deine Lieblingsspieler. Ja. Bisschen ärgerlich. Jetzt unterm Strichtone als nochmal als Zusammenfassung. Wir sind uns beide einig, Lamin ja mal, auch wenn es 200, auch wenn es 250 Millionen sind. Barca wird ja nicht verkauft. Klass. Mit 16 oder mit 17 dann im Transferfenster. Irgendwann bei 280 oder 250 würde ich sagen, hey Jungs, nimm den. Oh nein, willst du mich ver- was ist das für eine Summe? Er wird doch nicht der teuerste Spieler der Geschichte vom Fußball mit 17, Digga. Nee, wird auch keiner zahlen, ist ja auch viel zu, also ich würde, also wenn ich das Risiko geben. Aus seiner Sicht, Tone, Mbappé geht, okay, zu Real Madrid, er geht zu PSG, Lamin, absoluter Barca-Junge. Hat den Stempel auf dem Kopf, den heiligen Schein, wo drüber die Summe fliegt. 200 Millionen Ablösesumme, oder sagen wir mal 230, okay, dann hat er Neymar geknackt mit 222. Also er ist eine tollste Spieler der Geschichte, er ist 17 Jahre alt. Und okay, Louis Nürnke ist Trainer, er hat schon ein bisschen so einen Halt. Aber, Bro, allein vom Kopf, die Karriere ist doch, was ist das? Das ist nicht der richtige Schritt. Es ist so krass, das ist ein Kind, Leute. Er ist nicht mal volljährig. Das ist, also wirklich bitte, schreib es doch mal in die Kommentare. Wir können ja auch mal so eine Umstimmung, also eine Umfrage, glaube ich, machen, mit Kommentar für, oder liked, wenn ihr denkt, dass Lamin bleibt. Das schreiben wir dann bei YouTube in die Kommentare. Und schreibt einen Kommentar, wenn ihr denkt, dass er geht und dann gleich wohin oder wie die Konstellation ist. Also es ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und ja. Ja, Bro, dann sind wir eigentlich so fast durch mit den Themen, weil ich muss jetzt gleich zur Baulau liegen. Ich muss leider los, Freunde. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Video-Podcast und Audio-Podcast. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und Zugucken. Und dann lasse ich Anton die letzten Worte. Danke für euren Support, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal. Und bis zum nächsten Mal weiter. Ciao, ciao. Ja, ich hätte gerne noch eine halbe Stunde länger gemacht. Nein. Das ist ja das Schöne, dass es immer so viele Themen sind und wir gerne auch lange drüber reden. Wir haben ja vor allem, wir haben ja nach dem Spiel noch, nach dem Bayern-Dorten-Spiel auch noch über Fußball-Ewigkeiten geredet. Wir waren sogar mit meiner Mama am Abendessen beim Asiaten und da haben wir endlang über Fußball geredet. Haben wir im Fußball geredet. Ja, wir haben Knacks. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Ein kostenlos Abo. Gerne eine Bewertung bei Spotify. Abo auf YouTube. Ansonsten vielen, vielen Dank für alles. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit mit meinen Händen, Digga? Bin ich unruhig? Haut rein. Und euer Whisker Nemo ist over and out. Ciao, ciao.